Zum Thema kongruente Dreiecke und Kongruenzfälle Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn das eine das Bild des anderen durch eine Kongruenzabbildung ist. Was eine Kongruenzabbildung ist und welche Kongruenzabbildungen es in der Ebene gibt, haben wir im folgenden Tutorial gesehen. Wenn diese zwei Dreiecke kongruent zueinander sind, dann schreiben wir, dass Dreieck ABC ist Zeichen mit einem kleinen Dreieck obendrüber. Das bedeutet, ist kongruent zu dem Dreieck DEF. Wenn diese zwei Dreiecke kongruent zueinander sind, dann bedeutet das, dass diese Seite AB genauso lang ist wie diese Seite DE, Diese Seite AC genauso lang ist wie diese Seite DF Und diese Seite BC genauso lang ist wie diese Seite EF Das bedeutet zusätzlich, dass dieser Winkel BAC genauso groß ist wie dieser Winkel Das bedeutet auch, dass dieser Winkel genauso groß ist wie dieser Winkel Und auch noch, dass dieser Winkel genauso groß ist wie dieser Winkel Kommen wir jetzt zu den Kongruenzfällen Erster Kongruenzfall Stimmen zwei Dreiecke in ihren drei Seiten, also SSS überein, so sind diese Dreiecke automatisch kongruent Das bedeutet hier, wenn diese Seite AB genauso lang ist wie diese Seite DE, gekennzeichnet durch dieses Querstrichchen Wenn zusätzlich diese Seite BC genauso lang ist wie diese Seite EF Und wenn zusätzlich diese Seite AC genauso lang ist wie diese Seite DF Dann können wir daraus sofort Schluss folgern, dass diese zwei Dreiecke kongruent sind Zweiter Kongruenzfall Stimmen zwei Dreiecke in zwei ihrer Seiten, also SS Und dem von diesen Seiten eingeschlossenen Winkel, also W überein So sind diese Dreiecke kongruent Also wenn diese zwei Dreiecke ABC und DEF so sind, dass diese Seite AB genauso lang ist wie diese Seite ED Wenn diese Seite WC genau so lang ist wie diese Seite EF Und wenn die Winkel, die durch diese entsprechenden Seiten eingeschlossen sind, dieselbe Öffnung haben Dann sind diese zwei Dreiecke automatisch kongruent Dritter Kongruenzfall Stimmen zwei Dreiecke in einer ihrer Seiten und in zwei Winkeln überein So sind diese Dreiecke kongruent Das bedeutet hier, wenn diese Seite AC genauso lang ist wie diese Seite DF Wenn dieser Winkel Alpha mit diesem Winkel Phi übereinstimmt Und dieser Winkel Beta mit diesem Winkel Theta übereinstimmt So sind die zwei Dreiecke automatisch kongruent Vierter Kongruenzfall Stimmen zwei Dreiecke in zwei ihrer Seiten Eine längere und eine kürzere Und dem der längeren dieser Seiten gegenüberliegenden Winkel überein So sind diese Dreiecke ebenfalls kongruent Hier Die Seite ist genauso lang wie die Diese Seite ist genauso lang wie die Und der Winkel, der der längeren Seite gegenüberliegt Stimmt mit diesem Winkel überein Der ebenfalls der längeren Seite gegenüberliegt So sind diese zwei Dreiecke automatisch kongruent Hier ein Beispiel zur Anwendung der Kongruenzfälle In einem gleichschenkligen Dreieck sind die Basiswinkel gleich groß Wir haben also hier ein Dreieck ABC Das gleichschenklig ist Das bedeutet Diese Seite AB ist genauso lang wie diese Seite AC Und daraus werden wir Schlussfolger Dass diese zwei Basiswinkel gleich groß sind Dazu sorgen wir zuerst dafür Zwei Dreiecke zu erkennen Mit denen diese zwei Seiten AB und AC zu tun haben Und die kongruent aussehen Um solche Dreiecke herauszufinden Konstruieren wir diese Höhe AH Das heißt links ist ein rechter Winkel und rechts auch So entstehen diese zwei rechtwinklige Dreiecke ABH und ACH Die sehen kongruent aus Wir werden jetzt versuchen festzulegen Was denn in beiden Dreiecken übereinstimmt Und so werden wir erkennen können Welchen Kongruenzfall wir anwenden Wir sehen hier Dass diese Höhe AH Gemeinsame Seite des Dreiecks ABH und des Dreiecks ACH ist Also haben diese zwei Dreiecke eine gemeinsame Seite S Dieser Winkel ist ein rechter Winkel Weil AH eine Höhe des Dreiecks ABC ist Dieser Winkel aber auch Und somit haben wir in beiden Dreiecken Einen gemeinsamen Winkel Wir wissen aber durch die Hypothese Dass diese Seite AB vom Dreieck ABH Genauso lang ist wie diese Seite AC Vom Dreieck ACH Also können wir das schön hier einschalten Und jetzt sehen wir Welchen Kongruenzfall wir anwenden können Wir haben jeweils zwei Seiten Deren Längen übereinstimmen Also sind wir schon mal im Fall SS Und einen Winkel W Dieser Winkel wird aber nicht gebildet Von diesen zwei Seiten Aber dieser Winkel ist der längsten dieser zwei Seiten Gegenüberliegend Also sind wir im vierten Kongruenzfall Groß S, Klein S, W Also sind diese Dreiecke A, B, H und A, C, H Kongruent Woraus wir insbesondere schließen können Dass diese zwei Winkel Alpha und Beta Gleich groß sein müssen Die Aufgabe ist somit erfüllt Wir können aber noch mehr daraus schließen Da diese Dreiecke Kongruent zueinander sind Können wir auch darauf schließen Dass diese Seite B, H Genauso lang sein muss Wie diese Seite C, H Woraus wir wiederum schließen Dass diese Höhe A, H Automatisch auch Mittellinie des Dreiecks A, B, C sein muss Und diese Höhe A, H Ist gleichzeitig Höhe Und Mittellinie Also ist das auch die Mittelsenkrechte Dieser Strecke B, C Wir können aus dieser Kongruenz auch schließen Dass dieser Winkel B, A, H Genauso groß sein muss Wie dieser Winkel C, A, H Also dieser Winkel Ist genauso groß Wie dieser Winkel Und daraus können wir Wiederum schließen Dass diese Höhe A, H Auch noch Winkelhalbierende Von diesem Winkel B, A, C Ist